Flandern Flandern liegt in Belgien. Dieser niederländisch-sprachige Landestal ist bekannt für seine grünen Ebenen mit zum Teil sehr alten und auch noch alt aussehenden Städten, vor allem Brügge und Gent. Die belgische Hauptstadt Brüssel ist zwar auch Sitz der flämischen Institutionen, eigentliche Hauptstadt ist aber eher Antwerpen. Zu Flandern gehört auch das kurze Stück Nordseeküste, das Belgien hat, mit Ostender und Seebrugge. Regionen belgischer Teil der kontinentalen Nordseeküste, flämischer Teil des mitteleuropäischen Tieflandes, kleine Anteile an den Adennen sowie Anteile am Mergelland. Provinzen Antwerpen, Flämisch, Brabant, Limburg, Ostflandern, Westflandern. Orte Alst, Antwerpen, Brügge, Rengen, Tasselt, Kort, Riech, Löwen, Mecheln, Ostender, Röselaer, Sint, Niklas. Weitere Ziele Brüssel ist vollständig von der Region Flandern eingeschlossen. Wotalu mit Panoramabild der historischen Schlacht Bale, das belgisch-niederländische Grenzpassel im Osten Flanderns liegt die niederländische Provinz Limburg mit ihrer Hauptstadt Maastricht. Hintergrund Die Region ist mit 13.522 Quadratkilometern recht klein, aber mit über 6 Millionen Einwohnern dicht besiedelt. Das gar nicht so große Bundesland Hessen hat zum Beispiel 21.115 Quadratkilometer und ein paar Einwohner weniger. Sprache Offizielle und Umgangssprache in Flandern ist niederländisch. Englisch, Französisch und teilweise auch Deutsch sind Fremdsprachen, die in der Schule gelehrt werden. Die meisten Flamen verstehen Englisch, da bei englischsprachigen Filmen in der Regel Untertitel verwendet werden. Da Kinder nicht lesen können, lernen sie Englisch. Flamen sprechen nur ungern Französisch. Nicht-Franzosen sollten diese Sprache daher besser meiden. Anreise mit dem Zug von Eupen via Brüssel direkt nach Ostende. Dieser Zug fährt fast einmal komplett durch Flandern und fährt stündlich. Von Brüssel bestehen mehrere Zugverbindungen in die verschiedensten Orte von Flandern. Von Deutschland aus ist Flandern via der Autobahn I-40 zu erreichen. Die größten Flughäfen in der Nähe von Flandern gehören zu Brüssel. Es gibt noch zusätzlich kleinere Flughäfen wie Antwerpen oder Brügge Ostende. Mobilität das beste Verkehrsmittel ist das gute alte Fahrrad, egal, ob man in den größeren Städten ein Ziel sucht oder einfach nur, um sich die Gegend anzuschauen. Die Wegweisung erfolgt übernummerierte Knotenpunkte, was die Orientierung erleichtert, wenn man die Knotenpunkte kennt. Eine Route wird durch eine Zahlenkombination beschrieben. Aufgrund der fehlenden Ortswegweisung ist es sinnvoll, eine Landkarte mitzuführen. Auf diesen Karten sind Knotenpunkte und Vorschläge für Rundtouren zu sehen. Einfach bei Jump-to den Wunschort eingeben. Neben den vielen Knoten gibt es auch Themenrouten, die sich dem Touristen leichter erschließen. Der 820 Kilometer lange Rundkurs Flandern-Veitz-Route verläuft durch fünf flämische Provinzen. Öffentlicher Nahverkehr Es gibt in allen Städten einen öffentlichen Nahverkehr, der von der Gesellschaft Elien betrieben wird. Gent, Antwerpen und die Städte der Küste besitzen neben Bussen auch Straßenbahnen. Aalst Antwerpen Blankenberge Bredende Brügge Behan der gesamte Ort erinnert an die Belly-Pock Gent Ostende Küche Die flandrische Küche ist bodenständig und fein zugleich, zum Beispiel Tomaten mit Nordsekrabben gefüllt, ein Tupf von Edelfischen, Muschelkroketten, ein Tupf nach Genta-Art Gänse-Water-Zoi, und vieles mehr. Für einen schnellen Snack empfiehlt sich ein Kleintier-Mädstoff-Fleeshaus zu bestellen, jeder der Fritten auch nur etwas mag wird begeistert sein. Das inzwischen auch in Deutschland sehr in Mode gekommene bei niederen Temperaturen gegarte Fleisch, welches schon auf der Zunge zerfällt, gibt es hier schon lange. Für absolute Feinschmecker sei folgendes Restaurant empfohlen. Nachtleben Das Nachtleben in Flandern spielt sich hauptsächlich an der Küste und in den größeren Städten ab. Allerdings gibt es auch sogenannte Dorf-Diskios, wo das Dorf dann feiert. Sicherheit in Flandern ist die Kriminalitätsrate niedrig, trotzdem sollte man auf seine Wertsachen Acht geben und das Auto abschließen. Klima Flandern hat durch seine Meeresnähe ein maritimes Klima. Direkt am Meer kann die Wolkendecke durch den Wind geöffnet werden, sodass dort etwas öfter die Sonne scheint.